Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer kleinen Reaction hier auf meinem Softman-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, ich möchte jetzt gerne mit euch mir den Trailer Geschichten der Jedi reinziehen. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe eigentlich noch gar nichts gesehen von den ganzen Disney-Day-Sachen, Trailer, die ganzen Marvel- und Star Wars-Sachen. Ich habe selber gestreamt, selber diesen Ubisoft-Stream gestreamt auf Twitch. Und währenddessen haben schon einige gefragt, hast du das gesehen, hast du dies gesehen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Macht den Stream aus und seht da gefühlt 20, 30 neue Serien und Trailer und hast dich gesehen zu Star Wars, zu Marvel. Unfassbar. Also wenn ihr da mehr sehen wollt, wenn ihr da Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. Es soll ja nicht nur eine Reaction sein von mir, sondern ich möchte auch gerne mal hören, was ihr dazu sagt. Und nochmal Betonung, es ist eine Reaction. Ich hatte bisher nur den Fall, dass einige das nicht verstanden haben bei, glaube ich, John Wick oder sowas, weil es mal ein paar mehr Klicks gemacht hat als normale Videos, weil es anscheinend irgendwie angezeigt wurde Leuten. Und die verstehen immer nicht, dass es eine Reaction ist. Und ich werde wieder viel labern, dann guckt doch das Original-Video. Ansonsten viel Spaß und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Däumchen da. So, let's go. Das Einzige, was ich bisher gehört habe, ist, dass das... Oh, sorry, jetzt laber ich schon direkt dazwischen. Dass das, äh, ja, wieder Clone Wars sein soll. Überall hier ist Leben. Schätze es. Stell dich dem Tod. Und Clone Wars? Darauf habe ich Bock. Darauf habe ich Bock. Ansonsten weiß ich eigentlich gar nichts über die Serie bisher. Ehre es. Fürchte ihn nicht. Oh, ist das Baby Ahsoka? Oder was müssen die jetzt in jeder Serie ein Baby reinbringen? Ja, stimmt, verkauft sich besser. Ja, das stimmt. Gut, das ist halt natürlich auch süß. Ja, was soll man sagen? Jedi. Ahsoka ist eine Jedi. Also war das wirklich Baby Ahsoka? Ah, okay. Da werden einige Geschichten vor Ahsoka nochmal gezeigt. Hab ich Bock drauf. Apropos hier, Bad Batch, wo ich das gerade sehe. Ich habe nur die erste Folge gesehen von der ersten Staffel. Lohnt es sich? Weil ich habe bisher eigentlich nur gehört, dass es nicht sich lohnt. Und dass es nicht so geil ist wie Clone Wars. Der beste Weg nicht. Sechs originale Kurzfilme. Okay. Auch da direkt die Frage, vielleicht wisst ihr da schon besser Bescheid. Was heißt Kurzfilm? Kurz wie bei Groot? Kurz wie bei Duck aus oben? Die Kurzfilme gehen dann zwei, drei, vier Minuten. Was heißt Kurzfilm? Weiß das jemand schon? Habt ihr irgendwie so eine Angabe gemacht? Zu beschützen ist dir zu zeigen, wie du dich selbst schützt. Meister Doku. Ich will doch nur Frieden und Ordnung der Galaxis bringen. Oh, das ist ja geil. Das ist ja geil. Den jungen Doku zeigen, wo der noch bei den Jedi war. Das ist ja, Alter, das ist, ey, ich hab da Bock. Ey, Junge. Ey, eine Star-Serie, wo vielleicht die Hoffnung beschreibt. Oh Gott, nein, ich will mir nicht so viel Hoffnung machen. Nein, 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 ich wurde zu sehr enttäuscht. Meister, hört auf! Nur auf diesem Weg erringt ihr den wahren Sieg, mein alter Padaman. Ah, okay. Okay, 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 also ein paar, ein paar, da hängen die alle zusammen? Ich weiß nicht. Noch mal. Noch mal. Ey, okay, ich hab Bock, Mann. Ich hab so Bock gerade. So Bock. Ende, wann, wann kommt das? Wurde es schon gezeigt? Doku, haltet euch zurück. Ey, geil, Alter. Doku, als er noch bei den Jedi war. Boah, das könnte richtig cool werden. Ey, das könnte richtig cool werden. 26. Oktober. Junge, wer soll das alles gucken? Wer soll das alles gucken und zocken in der Zeit? Wie soll das möglich sein? Vor allem, wie schafft ihr das? Teilweise höre ich ja dann von einigen von euch, ich hab das gesehen, ich hab jenes gesehen, ich hab das gezockt, ich hab das gemacht. Wie schafft ihr das? Zockt ihr nebenbei und guckt drei Serien gleichzeitig oder was? Wie machen wir das, Leute? Ich verstehe jetzt gar nicht. Ich bin es leid, zu kämpfen. Ich auch, Mann. Ich auch. Ich auch. Ich habe sie seit Jahren von der kommenden Bedrohung gewarnt. Boah. Der sieht ja cool aus. Ist es wieder irgendeiner, ein 45. Bruder? Oder was ist das für einer? Hoffen wir, dass sich das Training ausgezahlt hat. Nee, Alter. Nee, das ist nicht real. Das ist doch fake, Alter. Das war doch fake jetzt. Junge, der sieht einfach aus wie E.T. Ich hoffe, ihr habt E.T. gesehen den Film. Wenn nicht, Schande über... Ähm. Okay. Junge, wie das aussieht. Und wer bist du? Okay. Geschichten der Jedi. Kommt es sonst noch was? Nee. Ähm. Äh, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Hängen jetzt alle Kurzfilme miteinander zusammen? Oder gibt es so die Storystränge von Ahsoka und Count Dooku? Und jeder kriegt dann drei Kurzfilme? Weiß man das schon? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gefällt mir das ganz gut. Ich bin gespannt. Und schaut mal gerne eure Meinung in den Kommentaren. Ähm. Und wenn ihr Vorschläge habt für weitere Reactions, ähm, ob ihr da vielleicht wirklich alle Trailer sehen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe eine Masse geguckt. Das war's. Ich danke fürs Zusehen. Haut rein. Und tschüss.